Es gibt eine Kraft des Friedens in euch, wenn ihr sie ruft, wird sie euch führen. Ihr braucht keine Angst zu haben, denn wenn ihr im Licht und in der Liebe seid, ist alles in Ordnung. Die Gefühle der Angst, des Zorns und des Hasses kommen nur von der Dunkelheit, die euch umgibt und versucht, eure Gedanken und Gefühle zu beeinflussen. Stimmt euch auf das Licht in euch ein und lasst es euren Geist mit Liebe und Frieden erfüllen. Ruft die Engel an, damit sie euch auf jede erdenkliche Weise helfen. Wenn sie mit Liebe und Frieden erfüllt sind, werden auch andere um sie herum mit Liebe und Frieden erfüllt sein. Es gibt keinen Tag in eurem Leben auf der Erde, an dem ihr allein seid. Es gibt keinen Moment, in dem ihr in Not seid und es niemanden gibt, der euch helfen kann, außer den Engeln und der göttlichen Gegenwart Gottes. In Wahrheit sind die Engel mit dir. Sie waren immer bei euch, und sie werden bei euch sein bis zum Ende eures Daseins auf diesem Planeten. Die Liebe, die die Engel in dein Leben bringen, umfasst alles, nimmt alles an und vergibt alles. Die Liebe der Engel zu dir kennt keine Grenzen oder Begrenzungen. Ihre Liebesschwingungen umhüllen euch mit einem sich ständig ausdehnenden Kreis göttlicher Energie, der jenseits des menschlichen Verständnisses liegt. Diese Energie wird sich so weit ausdehnen, wie es nötig ist, um diesen Planeten und darüber hinaus zu umschließen. Innerhalb dieses Kreises göttlicher Energie laden wir euch ein, euer Herz und euren Geist zu öffnen, um all die Liebe zu empfangen, die in diesem Moment für euch da ist. Sobald du weißt, dass die Engel bei dir sind und dich leiten und dir helfen werden, besteht der nächste Schritt darin zu wissen, wie sie sich in deinem Leben manifestieren werden. Die häufigste Art, wie sich Engel zeigen, ist durch eine Person, die im richtigen Moment in dein Leben tritt und etwas Besonderes mitbringt, um dir auf deinem Weg zu helfen. Seien sie nicht überrascht, wenn sie einen Engel in Verkleidung sehen oder wenn er in vielen verschiedenen Formen erscheint. Sie können zum Beispiel durch einen Freund kommen, der dich aus heiterem Himmel anruft, wenn du ihn brauchst, durch einen Lehrer, durch ein Buch, durch das Radio oder das Fernsehen, oder sogar durch eine Situation, in der jemand eine gute Tat für dich vollbringt. Im Grunde genommen gibt es viele verschiedene Arten von Engeln im Universum. Es gibt Schutzengel, die sich um uns kümmern und uns beschützen. Es gibt engelhafte Führer, die uns auf unserem spirituellen Weg helfen. Und es gibt viele andere Arten von Engeln, die uns Liebe und Licht bringen. Die heilenden Engel können dir bei körperlichen Beschwerden helfen, damit du wieder gesund wirst. Die Führungsengel helfen dir in allen Bereichen deines Lebens und lassen dich wissen, was in der Zukunft auf dich zukommt, damit du dich entsprechend vorbereiten kannst. Die Engel der Liebe werden dich mit ihrer Liebe und ihrem Licht umgeben. Sie werden dein Herz mit Freude und Glück erfüllen und dir einen Frieden geben, den dir nichts nehmen kann. Wenn du in der Gegenwart der Engel bist, wirst du ein Gefühl des Wohlbefindens, der inneren Freude und des Friedens spüren. Die Engel sind gesandt worden, um dir zu helfen und dich auf deinem Weg zu begleiten. Sich auf die Engel einzustimmen bedeutet, sich auf die bedingungslose Liebe einzustimmen, die immer bei uns ist und uns von ihr nähren zu lassen. Die Engel sind hier, um dir zu helfen, wo immer sie können. Sie lieben dich bedingungslos und wollen nur das Beste für dich. Sie geben dich niemals auf, sie wollen dich spirituell wachsen sehen. Sie wollen dir helfen, einen positiven Einfluss auf deine Familie, deine Gemeinschaft und die Welt zu nehmen. Hier sind einige Möglichkeiten, wie die Engel uns helfen. Sie kommen in unseren Träumen zu uns und zeigen uns, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten und wie wir unsere Handlungen ändern können. Sie überbringen Botschaften von Gott oder anderen spirituellen Lehrern. Sie beschützen uns vor Schaden, sowohl physisch als auch emotional. Sie unterstützen uns, wenn wir sie am meisten brauchen. Sie geben uns niemals auf. Es ist die Natur der Engel, uns immer zu ermutigen und zu unterstützen. Wenn du sie bittest, werden sie dein Leben leiten und lenken. Engel sind Boten des Göttlichen und sind hier, um uns auf unserer Lebensreise zu helfen. Wenn wir die Engel in unser Leben rufen, bieten sie uns auf jede erdenkliche Weise Unterstützung, Führung und Trost. Sie helfen uns, uns auf die Energie der Liebe und des Friedens einzustimmen und diese Schwingungen in unserer täglichen Realität zu manifestieren. Die Engel wissen immer, was in jeder Situation das Beste für uns ist. Wenn wir Glauben und Vertrauen in sie haben, werden sie uns noch besser führen. Engel waren schon immer für uns da, sowohl in dieser physischen Welt als auch in den höheren Sphären. Sie helfen uns, unser Leben zu meistern und unterstützen uns bei den Lektionen, die wir hier lernen sollen, damit wir wachsen und uns spirituell weiterentwickeln können. Deshalb ist es wichtig, um Schutz vor negativen Kräften zu beten und um die Führung deiner Engel zu bitten. Es gibt so viel Negativität in dieser Welt, aber wenn du um Schutz und Führung betest, kannst du unbeschadet daraus hervorgehen. Es hängt alles von ihnen ab. Die Entscheidung liegt bei dir. Liebe oder Hass. Das Gute oder das Böse. Die Engel sind hier, um dir zu helfen und an dich zu glauben. Sie sind sich bewusst, dass du dich bemüht hast, spirituell zu wachsen, und sie wollen dir helfen, die Ziele zu erreichen, die du dir selbst gesetzt hast. Das Göttliche zu umarmen bedeutet, sich mit unserem höheren Selbst zu verbinden, das ist, was wir wirklich sind. Dies ist ein Prozess, der Zeit und Mühe erfordert. Er erfordert Hingabe, Disziplin und Treue, aber auch ein gewisses Maß an Vertrauen, das sie sicher bereits besitzen. Wenn dies der Fall ist, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Denken Sie immer daran, dass Sie der wichtigste Mensch auf dieser Welt sind. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.